Servus und grüß dich auf 1000PSTV. Ich bin No Payne und heute dreht sich alles um einen spannenden Rennstreckenvergleich zwischen zwei Triumph Naked Bikes. Der brandneuen Street Triple 765 RS und ihrer deutlich größeren Schwester der Speed Triple 1200 RS, die bereits seit dem Modelljahr 2021 am Markt ist. Was die beiden Eisen so drauf haben, wo ihre Unterschiede auf der Rennstrecke liegen und ob die um 50% teurere Speedy auch um 50% besser ist, das und mehr verrät euch der folgende Beitrag. Herzlich Willkommen liebe 1000PS Zuschauer. Ich melde mich heute von den 1000PS Trackdays am Slowakia Ring mit einem interessanten Naked Bike Vergleich, bei dem wir die brandneue Triumph Street Triple 765 RS gegen das aktuelle Naked Topmodell von Triumph gegen die Speed Triple 1200 RS antreten ließen. An dieser Stelle vielleicht gleich der Hinweis, dass wir hier im Ring bereits einen weiteren Beitrag produziert haben, bei dem sich die Street Triple RS gegen die günstigere Triple R schlagen musste. Das Video dazu ist bereits online auf 1000PS und wir haben es euch unterhalb verlinkt. Unbedingt anschauen. Während das Streety Vergleich zwischen der RS und der R irgendwie auf der Hand lag, tue ich mir persönlich mit dem Duell zwischen der Streety und der Speedy etwas schwerer. Denn abgesehen vom Hersteller Triumph, der Bauart Naked Bike und dem Motorkonzept Dreizylinder haben wir es mit zwei vollkommen unterschiedlichen Bikes zu tun, die auch mit ihrem Preis in einer völlig anderen Liga spielen. Denn die Street Triple 765 RS, die kostet 12.295 Euro in Deutschland und die Speedy kostet mit 18.245 Euro um knapp 50 Prozent mehr. Das gilt es natürlich beim Vergleich und auch bei unserer Bewertung zu bedenken. Die Frage des Tages lautet also, wo liegen auf der Rennstrecke die Performanceunterschiede zwischen der Streety und der Speedy, sowohl aus der Sicht eines Hobbypiloten als auch aus der Sicht eines waschechten Profis und lassen sich mit der deutlich teureren Hardware auch entsprechend schnellere Rundenzeiten in den Asphalt brennen. Und damit wir euch trotz meiner mangelnden Rennstrecken-Erfahrung auch mit diesem Video einen echten Mehrwert bieten können, haben wir keinen geringeren als den Klaus Grammer als Co-Moderator engagiert. Er wird euch dank seiner langjährigen Erfahrung, fundierte und praxisnahe Eindrücke ermitteln. Servus, grüß dich. Hallo, grüß dich. Klaus, danke fürs Kommen. Bitte. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast und mich da unterstützt. Ja, bevor wir uns da jetzt aber in den technischen Daten und unseren Fahreindrücken verlieren, sagen wir bitte Klaus, wie geht's dir und wie hat dir der Tag mit den beiden Triumph-Bikes gefahren? Ja, wie gesagt, ein sonniger Tag am Slowakei, zwei super Motorräume, da kann ich viel daneben gehen. Also es war perfekt, für mich perfekt. Ja, ich für meinen Teil habe den heutigen Tag natürlich auch sehr genossen, wenngleich sich meine persönliche Erwartung keineswegs erfüllt hat, aber dazu gleich mehr. Was das Motorkonzept betrifft, so besitzt die Streety den vom Rennsport inspirierten, weiterentwickelten Moto2-Dreizylinder mit 765 cm³ und die Speedy basiert auf Triumphs absolutem Dampfhammer, dem Dreizylinder mit 1160 cm³. Logischerweise klafft die Schere bei der Performance schon deutlich auseinander, denn die Streety leistet 130 PS bei 12.000 Umdrehungen, eh schon gut, aber die Speedy hat 180 PS bei 10.750 Umdrehungen. Und auch beim Drehmoment spürt sie es ab, weil die Streety arbeitet mit 80 Nm bei 9.500 und die Speedy hat 125 Nm bei 9.000 Umdrehungen. Ja, der Blick aufs Gewicht verrät natürlich, dass die Speedy ein bisschen schwerer ist, allerdings vollkommen im Rahmen. Die Streety hat 188 kg fahrfertig und die Speedy um 10 km mehr 198. Und wenn man das jetzt durchdividiert, komme ich darauf, dass die Speedy eigentlich um ein Drittel höheres Leistungsgewicht hat. Klaus, wie war denn jetzt dein Eindruck heute vom Leistungsunterschied von den beiden Bikes? Ja, man muss sagen, es ist ein Dreizylinder mit 765cc, funktioniert super, 130 PS ist auf der Rheinstrecke ein super Motorrad. Aber natürlich, es ist eklatant spürbar, mehr Hubraum, mehr Drehmoment, mehr Leistung. Also ganz klar, die technischen Daten sprechen da für sich und genauso fühlen sie sich auf der Rheinstrecke an. Also für mich ist dann ganz klar, die 1200er ist auf der Rheinstrecke natürlich schon ein Vorteil. Und wie schaut es aus bei der Übersetzung von den beiden Bikes bzw. mit der Endgeschwindigkeit? Beide Motorräder sind sehr, sehr kurz übersetzt. Das heißt, da am Slowake-Ring mit der wirklich langen Start-Zielgeraden sind beide eigentlich an ihr Limit gekommen. Und insbesondere bei der Speed Triple ist mir aufgefallen, immer so bei 257 kmh hat irgendwas da abgeregelt. Entweder ist das elektronisch oder von der Drehzahl oder von der Geschwindigkeit. Man ist noch nicht ganz am Ende der Geraden, man ist noch nicht am Bremspunkt und spürt, obwohl immer ein Vollgas ist, jetzt wird es auf einmal langsamer. Also irgendwas ist da, was da abregelt. Ich glaube aber fast, dass das eine geschwindigkeitsrelevante Angelegenheit ist, weil die Drehzahl ist ja auf einen anderen Gang auch, am vierten, dritten, vierten Gang auch genauso hoch. Da habe ich das nie gespürt. Aber wie gesagt, 260 kmh reicht eigentlich her für ein Naked Bike. Ja, für dich auf jeden Fall. Ja, da bin ich leider nicht ganz hingekommen. Ich habe es ja schon kurz erwähnt, der Klaus ist ein Profi, ich bin ein Hobbyfahrer, bin auch nicht so oft am Slowake-Ring gefahren. Und nachdem die gefühlte Geschwindigkeit immer ein bisschen trügerisch ist, wollte ich heute in Bezug auf meine Einschätzung nichts im Zufall überlassen. Und haben mir deshalb dieses Gerät besorgt, die Racebox Mini S. Ein 100 Gramm schwerer, höchst präziser Lap-Timer mit einem GPS-System, mit Beschleunigungsmesser, mit einem Gyrosensor und der Mist-Lot-Hersteller mit einer Abtastrate von 25 Hz auf 10 cm genau. Speichert dann die Daten direkt am Gerät. Also ihr braucht da kein zusätzliches Gerät oder keine Handy-Verbindung, Bluetooth-Verbindung. Er hat über 2000 Rennstrecken gespeichert und im Anschluss könnt ihr euch dann die Daten am Handy anschauen, was ich dann auch gemacht habe. Also da könnt ihr dann Sachen sehen wie die Rundzeit, wie die Highspeed, Schräglagen, Winkel, Linienwahl, G-Kräfte, alles da. Und das Resultat war ja nüchtern. Denn das liegt aber in erster Linie an mir und nicht an der Racebox und auch nicht an der Speed Triple. Aber mir gelang es nicht wirklich, die Mehrleistung, das Mehrträgnoment, die besseren Reifen vielleicht sogar noch, irgendwie umzusetzen. Zwar habe ich bei der Streetie mit GPS 231 kmh zusammengebracht und mit der Speedy mit GPS 243 vor der ersten Kurve. Also da war die Speedy doch deutlich schneller. Aber insgesamt war ich tatsächlich, wenn ich die schnellsten Runden vergleiche, doch mit der Speedy um eine halbe bis eine Sekunde langsamer als mit der Streetie. Aber gut, später dazu mehr. Machen wir kurz weiter mit den technischen Details. Mit dem Chassis gibt es auch schon die ersten großen Unterschiede. Weil die Streetie hat den Doppelbrückenrahmen aus Alu mit einem zweiteiligen Heckrahmen und einer Zwearmschwinge. Und die Speed Triple hat unverkennbar einen Alu-Doppelrohrrahmen mit verschraubtem Heckrahmen und einer Einarmschwinge. Ja, die Lenker sind ident bei der sehr breite 792 mm. Angenehm. Die Sitzhöhe ist auch ähnlich. Auf der Streetie sitzt man auf 836 mm, auf der Speedy mit 830. Also das ist fast gleich. Deutliche Unterschiede gibt es aber dann bei der Geometrie. Weil die Streetie hat am Papier einen steileren Lenkkopfwinkel, einen kürzeren Radstand und erheblich kürzeren Nachlauf. Ja, und wenn man dann das miteinander vergleicht, sollte man eigentlich sagen, die Streetie ist deutlich agiler. Klaus, aber was am Papier steht, muss man noch lange nicht so in der Realität sein. Wie ist dir das jetzt aufgefallen bei den beiden Bikes? Nein, ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Da drückt das Prospekt nicht. Die kleine Triumph ist agiler. Wobei mir das nicht unbedingt zum Vorteil gereicht, weil ich habe lieber ein stabiles Motorrad als ein sehr handliches Motorrad. Und vom Handling her ist natürlich auch so, oder vom Kurvenfahren insgesamt, die Speed Triple hat die besseren Reifen montiert. Und das kommt dann auch dazu, das fällt dann auf und das macht es dann eigentlich irgendwie angenehmer zum Fahren. Ja, wenn man sich das Fahrwerk jetzt noch im Detail anschauen. Beide sind voll einstellbar. Die Streetie baut auf eine Showa Big Piston 41mm Upside-Down Gabel. Ist eigentlich eine richtig gute Gabel. Hinten eine Öhlins STX40 Federbein. Auch richtig gut. Die Speedy ist aber da überall ein bisschen besser. Die hat vorne eine beschichtete Öhlins 43mm Upside-Down Gabel und hinten ein Öhlins TTX36 Doppelrohr Federbein. Bei den Bremsen sind sie beide nahe beieinander. Beide haben die Leihwandten Brembo's Dilemma Vierkolben Radial Monoblock Bremssättel. Nur hat die Speedy ein bisschen größere Scheiben. 320mm Doppelscheibe vorne gegenüber 310mm hinten. Und hinten haben beide eine 220er Scheibe. Allerdings hat die Speedy, was dem Klaus entgegenkommt, der mitbremst, eine Doppelkolben Brembo Bremse, Bremszange hinten. Ja und außerdem vielleicht noch erwähnenswert, auch Leihwand, beide Bikes haben radiale Handbremszylinder, die man in der Griffweite und im Übersetzungsverhältnis einstellen kann. Das ist ja auch nicht üblich normalerweise. Ja und bei den Reifen, zum Abschluss, da schenken sie sich nichts. Beide haben großartige Reifen montiert. Bei der Streete haben wir den Conte Sportetec 4, einen Hypersport Reifen mit 100 Asker Reifen hinten. Und die Speedy hat sogar den Pirelli Diablo Supercorsa V3 Reifen mit einer 190er Walze. Klaus, beim Fahrwerk und bei der Bremse und beim Reifen hat die Speedy wieder mal die Nase vorn. Wie hast du jetzt den Unterschied in der Praxis wahrgenommen und was hast du daraus machen können, wenn du deine Performance hernimmst? Ich glaube schon, dass der Unterschied im Fahrwerk, dass man den kennt, speziell beim Anbremsen, die Bremsen sind bei beiden Motorrädern sehr gut. Also man hat wirklich das Gefühl, man kann brachialst verzögern. Nur es ist gerade zum Beispiel nach der zweiten Kuppe da am Slowake Ring, wo man mit der 1200er, mit 180 PS wirklich schnell hinkommt. Ich glaube auch bedenkt durch die gute Gabel und durch das ganze Gesamt, durch den längeren Raststand oder den anderen Nachlauf. Man hat beim Anbremsen mit der großen Speed Triple das Gefühl, man hat es mehr an der Kontrolle oder man kann unendlich spät und unendlich hart bremsen. Also beim Bremsen geht der Punkt eindeutig an die 1200er. Und generell, was wäre dir jetzt für so eine Rennstrecke wie den Slowake Ring wichtiger? Die höhere Agilität oder einfach die bessere Hardware und die höhere Stabilität? Eindeutig die höhere Stabilität. Für schnelle Motorräder sind aus meiner Sicht immer stabile Motorräder. Und wenn ich natürlich 180 PS habe und wirklich schnell fahren will, dann muss das Motorrad stabil sein. Natürlich auch handlich. Aber das Handling kann ich als Fahrer ein bisschen mit physischem Einsatz, mit Körperkraft oder mit Fahrkönnen, kann ich das Handling ein bisschen beeinflussen. Aber die Stabilität ist schwieriger. Also eindeutig eher ein stabiles Motorrad mit mehr Leistung ist, glaube ich, besser. Ich finde das super, weil da sind wir unterschiedlicher Meinung aufgrund einer unterschiedlichen Geschichte. Weil der Klaus ist natürlich viel schneller unterwegs, arbeitet mit ganz anderen Rundzeiten als ich. Wenn ich jetzt meine Fahreindrücke noch beisteuern darf. Ich schätze bei der Streetie sehr die hohe Agilität und die direkte Lenkung und den Druck am Vorderrad. Ich habe mich da sehr wohl drauf gefühlt. Bei der Speedy fand ich überraschend, dass sie trotz des großen Motors, dass die Fußrasten sehr schmal befestigt sind. Und auch die Schräglage ist absolut rennstreckentauglich. Ja, und die Stabilität ist natürlich an manchen Streckenabschnitten mir auch entgegengekommen und der bessere Geradeauslauf. Vom Sitzen her waren beide okay. Kniewinkel ist super, die Haltung ist sportlich, aber ich denke das sollte auch auf längeren Strecken kein Problem machen. Und beim Hin und Her tauschen ist mir als Laie, das sind mir die Unterschiede in puncto Agilität und Vordrahtkontrolle wirklich deutlich aufgefallen. Und insgesamt habe ich mich jetzt als Hobbyfahrer auf der Streetie überraschenderweise vielleicht für den Klaus und auch für mich wohler gefühlt. Und bei der anschließenden Auswertung von der Racebox habe ich dann tatsächlich auch herauslesen können, dass ich, obwohl ich mit der Speedy auf der Start-Zielgeraden und auf anderen schnellen Abschnitten deutlich schneller war, dass ich diesen Vorsprung einfach nicht ins Ziel retten konnte. Der ist dann in den ganzen Kurven, habe ich immer wieder ein bisschen was verloren, weil wahrscheinlich die kleine Streetie für mein Leistungslevel aber auch mehr Vertrauen vermittelt hat. Und ich habe eher das Gefühl gehabt, dass ich da der Pilot bin, während auf der Speedy, da war ich eher der Passagier. Ja, unterm Strich war es mir einfach nicht möglich, diese Leistungs- und Trainingsvorteile nur ansatzweise in den Asphalt zu bringen. Also es ist vielleicht auch nicht immer sinnvoll, dass man nur auf die Daten schaut, weil es muss halt irgendwie zu einem passen. Ja, bevor wir jetzt zum Fazit unseres Vergleichs kommen, schauen wir aber noch ganz kurz in die elektronische Ausstattung rein. Weil da sind beide wirklich top ausgestattet und auf gleicher Augenhöhe, muss man sagen. Beide haben Kurven-ABS und abschaltbare Kurventraktionskontrolle mit einer IMU. Beide haben Willi-Kontrolle, beide haben die 5a-Modi, Regenstraße Sport, Track und Rider. Und beide haben eine richtig leihmende 5 Zoll TFT-Display und serienmäßigen Blipper, Anti-Hopping-Kupplung, volle LED-Beleuchtung für die Landstraße. Also es fehlt fast nichts mehr, die Speedy. Entschuldige? Ein, weil wir schon bei der Elektronik sind, ein Einwurf, weil du sagst, du hast die Leistung nicht nutzen können. Wer eine Slowakierin kennt, da gibt es den Hügel Nummer 4, also den letzten Hügel. Da kommt man aus einer Schikane raus, aus einer Kurvenkombination und kann mit der 1200er Speed Triple aufgrund der Willi-Kontrolle wirklich mit Vollgas da drüber fahren. Und das Vorderrad hält nicht mehr so 10 cm ab. Also das ist etwas, was schon lässig ist. Und man hat nie das Gefühl, das überfordert einen, sondern man bleibt einfach voll drauf. Eingang nach dem anderen und fährt schön auf dem Hinterrad über den ganzen Hügel drüber. Also das ist schon die Qualität einer Elektronik-AD, die sich dort wirklich manifestiert. Ja gut, das Problem habe ich nicht gehabt, aber ich muss ansagen, beide haben ja Willi-Kontrolle. Also da ist halt dann die Leistung, dass das passiert. Ja, aber da merkst du es dann. Bei 180 PS über den Hügel drüber, da wird es eben dann relevant, ob ich eine gescheite Elektronik habe oder nicht. Und das hat super funktioniert. Ja, ja. Ansonsten haben beide eigentlich das gleiche Elektronik-Paket drin und die Speed Triple hat zusätzlich noch einen Tempomaten. Vielleicht war der Auftritt bei mir. Das könnte sein. Ja, oder andere. Ja, und Kielers ist ja auch. Ja, ist super, wenn man einen Schlüssel hat. Ist Arsch, wenn man nicht mit hat. Ja, du, mit welcher Einstellung bist du jetzt bei beiden Bikes heute gefahren? Elektronik? Dreck. Ich habe ja immer geschaut, dass ich auf Dreck bin, weil sonst, man sieht unten, glaube ich, rechts unten immer dieses Traktionskontrolle-Symbol leichten. Es leicht auch auf der Dreck-Einstellung sehr oft und blinkt. Aber es wird einen Grund haben, warum die Einstellung Dreck heißt. Wahrscheinlich, weil es für einen Dreck ist. Könnte sein. Könnte sein. Und es funktioniert wirklich unauffällig. Es fängt zum Blinken an. Es ist leicht, aber man hat nie das Gefühl, es wird irgendwas instabil oder so. Es funktioniert wirklich super. Ich bin recht zufrieden. Gibt es bei der Speedy irgendwas, was dir jetzt noch abgeht an Ausstattung? Ja, eins vielleicht ist mir aufgefallen. Das ist jetzt mit Öl ins Bestück. Super Gobel, super Federbein. Möglicherweise wäre im Jahr 2023 eine hydraulische Federvorspannungsverstellung besser, wie eine mit Kronemutter. Das wäre mir vielleicht aufgefallen, weil da kann man sich ein bisschen leichter tun beim Adaptieren. Natürlich, man kommt eh leichter zu, aber das mit Hackenschlüssel oder mit Schraubenzieher, das ist eigentlich schon das vorige Jahrtausend gewesen. Also das gehört vielleicht bei einem Topmodell um 18.000 Euro, wäre vielleicht ein kleiner hydraulischer Versteller auch noch drinnen gewesen. Vielleicht schaut dir der Produktpage von Triumph zu und nimmt dir das zu Herzen. Kommen wir jetzt zum abschließenden Fazit. Klaus, ich brauche nicht fragen, aber ich frage dich trotzdem, Streety oder Speedy? Nein, ich bin zwar grundsätzlich auch immer gern für kleine Motorräder, aber in dem Fall ist es für mich eindeutig, ich habe mit der Speed Triple, die hat mir eindeutig mehr Spaß gemacht. Okay, und der Preis, das würdest du in Kauf nehmen? 50% mehr? Naja, man muss natürlich 50% mehr, das ist jetzt kein Pappenstil, aber man muss wissen, was man will, auf der Straße ist es so oder so wurscht. Keine Ahnung, das überlasse ich dem jeweiligen Portemonnaie. Das muss der Finanzminister jeweils selbst entscheiden. Aber wie gesagt, mehr Spaß habe ich persönlich empfunden mit der 1200, das war eher mein Motorrad. Okay, mein persönliches Fazit, das fällt für mich persönlich etwas überraschend, aber dann doch relativ eindeutig aus. Beide Bikes sind großartig ausgestattet und lassen sich sowohl auf der Rennstrecke und ganz sicher auch auf der Landstraße artgerecht bewegen und machen einfach viel Spaß. Ich persönlich würde aber für regelmäßige Track Day Besuche und sportliche Landstraßentouren ohne Reiseambitionen eindeutig die Street Triple 765 RS bevorzugen, dass ich für einen Hobbyfahrer wie mich einfach, ja auch am schnellen, so waagering super funktioniert hat und noch so viel Potenzial bietet, dass ich mir da jetzt über 50 PS noch mehr, noch keine Gedanken machen muss. Sobald es für mich dann aber mehr in Richtung Touren geht oder in Reise, vielleicht sogar mit Beifahrer oder mit Gepäck, dann ist dann doch eindeutig die Speedy zu präferieren. Der hat aber auch die Power mit Beifahrer, wo auch immer der Platz hat. Geht der da gar nicht drauf? Na doch, ja gut, da muss man einen kleinen Beifahrer suchen. Ja, einen kleinen Beifahrer, einen zweiten Beifahrer. Ja, also sie hat auf jeden Fall eine Menge Power, sie hat Laufruhe, ist insgesamt sicher das erwachsenere Gerät, aber was die Rennstrecke betrifft, so behaupte ich jetzt einmal, dass niemand eine Speedy als reines, also nicht die 1200 als reines Rennstreckengerät nehmen würde. Einfach, ja ist einfach viel zu schade. Für gelegentliche Einsätze spricht aber nichts dagegen. Genau. So, und das war's schon wieder. Falls euch der Beitrag gefallen hat und eure Daumen noch nicht eingeschlafen sind, dann schenkt uns bitte einen Daumen, ja genau diesen Daumen, so wie einen leberen Kommentar und unterstützt uns in unserem Kampf gegen den YouTube-Algorithmus. Und damit ihr zukünftig auch keine 1000 PS-Beiträge mehr verpasst, abonniert doch bitte unseren YouTube-Kanal und drückt's auf die Glocke. Klaus, ich sag' vielen Dank. Bitte. Für deine Einnahmen, für deine Mithilfe. Danke fürs. Und ja, geführt euch, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Danke fürs. Vielen Dank.